der tod gehört zum leben dazu ach nur zu gut guckt euch das mal an jetzt noch mal zum thema diabetes typ 2 wird durch zucker verursacht leute die größte diabetes organisation der welt american diabetes association und guckt ihr mal an wovon die gesponsert werden da weißt du bescheid pass auf mit da sitzen die meisten und die besten diabetes wissenschaftler und diabetologen der welt und was schreiben die zu diabetes guckt euch das mal an und falls wirklich jemand immer noch nicht glaubten dass immer so jetzt jetzt gucken wir uns mal an wer die denn so sponsort womit hängen die zusammen kfc natürlich wer kennt es nicht kfc die natürlich die natürlich die gesündesten produkte verkaufen genauso wie subway oder kraft der ketchup der ist natürlich nicht mit zucker nein hier denn und so bumblebee keine ahnung was die verkaufen tyson yum nestle verkauft natürlich nichts mit zucker nein wisst ihr bescheid nicht hier mit abort arbeiten die zusammen die 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 diabetes messungen machen die sehr viel geld verdienen mit diabetes medikamenten und so weiter und so fort hier natürlich natürlich ist zucker nicht daran schuld wer wer könnte da verschwörungstheorie wer könnte denn jetzt sagen ja wenn die geld von den unternehmen bekommen die die zucker produzieren und die die entsprechend an zucker geld verdienen millionen milliarden dass die natürlich überhaupt nicht bei es sind überhaupt nicht nein gar nicht gar nicht überhaupt nicht hier premiumsponsor kellox kellox natürlich war es wer kennt sich so einen schönen low carb maßriegel ist natürlich nicht der zucker der pepsico natürlich nicht und coca cola natürlich ist es nicht der zucker natürlich ist es nicht der zucker wer könnte denn ahnen dass es der zucker ist wenn ich mich von natürlich natürlich schreibe ich einen artikel der sagt zucker ist ganz böse wenn ich von coca cola gesponsert werde das ist ja nur logisch noch nicht auf dem schirm hat hier auch übrigens das video wo eine diabetologin interviewt wurde ja und nein auch das konnte er nicht richtig lesen weil das hat die gar nicht gesagt dass er sagt das haben uns auch angeguckt die hat hier fragen beantwortet und was hat die gesagt die hat natürlich das gesagt was klar ist weiß nicht ob ihr das lesen könnt die sagt naschkatzen sind ihr die frage ist diabetes kommt nicht von zucker die sagt naschkatzen sind anfällig für typ 2 diabetes das glauben viele auslöser ist aber zu fethaltige kost natürlich und den sponsor haben wir uns auch angeguckt von dieser sache ratet mal wer der sponsor war bestimmt kein bestimmt kein butter unternehmen das hier gefunden das ist einfach nur der absolute hammer natürlich hier werden fragen fragen beantwortet also sie haben so so ein q&a gemacht so gesagt immer eine frage zuckerverbände.de dann gucken wir mal achja haben wir ja auch schon irgendwie irgendwo hatten wir das ja auch mal dass sie zahlen umfacken eu zuckerpolitik natürlich die haben alle die sind alle selbstlos das sind alles das sind alles menschen die nur euer bestes wollen die wollen nicht euer geld die wollen einfach nur dass ihr gesund lebt und deshalb arbeiten die natürlich mit solchen institutionen zusammen bezahlen dort milliarden damit die euch natürlich dann nicht erzählen dass zucker schläg ist schläg schläg genau von schläg das ist der absolute knallhammer die frage die am häufigsten auftritt und dann die antwort dazu hier zum beispiel kriegen nur übergewichtige diabetes typ 2 und die antwort lautet nein auch normalgewichtige können diabetes typ 2 kriegen hier geht es um ja zum beispiel sportler die sich die ganze zeit diese zucker gels rein donnern ohne ende gibt es nämlich auch mal ein paar beispiele aber das ist sehr selten das muss man schon sagen typ 2 diabetes ist bei normalgewichtigen extrem selten da musst du schon einiges kaputt machen und diabetes typ 2 ganz wichtig diabetes typ 1 eine andere geschichte und dann kommt die frage alle fragen es wird die organisation gefragt naja wie viele sind das bitteschön mehr als 90 prozent der menschen mit typ 2 diabetes haben auch schweres übergewicht adipositas die sind also schon krankhaft fett und jetzt will mir einer erzählen dass das nicht mit dem übergewicht zusammenhängt das risiko an typ 2 diabetes zu erkranken steigt bereits ab einem body mass index von 27 um 100 prozent an ist ja ist ja nicht so dass das hier steht dass die meisten typ 2 diabetiker eben einfach fett sind bist du fett fett macht fett fett macht diabetes da hat er schon recht aber körper fett die frage alle fragen es wird die organisation gefragt question of all questions die offizielle organisation mit offiziellen wissenschaftlern offiziell die offiziellen wissenschaftler von coca cola und pepsi die offiziellen und kellogg's das sind die offiziellen wissenschaftler aber die fleischlobby die fleischlobby ist ganz schlimm die fleisch die studie dürft ihr nicht glauben weil die von der fleischlobby bezahlt wurde diese seite hier udo polma ist von der fleischlobby bezahlt aber die diabetes association hier die ist die da sind offizielle wissenschaftler da sind da sind äh äh gibt es eigentlich eine größere heuchelei auf der welt als sowas wissenschaft wo man sehr kritisch sein sollte aber wenn die übereinstimmt mit der inoffiziellen wissenschaft ja von der keiner redet äh dann äh ja kann man nur sagen es ist ganz genau so ne wenn beide wissenschaften so gesagt übereinstimmen und hier wird halt gefragt wird dir nein auch mit auch mit auch mit diabetes typ 1 kannst du schlank sein und abnehmen und typ 2 auch das heißt okay bei typ 1 hast du jetzt kein insulin aber bei typ 2 kannst du auch abnehmen das heißt äh du isst einfach zu viel fertig fertig aus wenn du zu viel frisst wirst du fett das ist so diabetes verursacht durch das essen von zucker und die sagen daraufhin eine ernährung mit zu vielen kalorien die dich fett macht die macht diabetes auch wenn diese zu viele kalorien von zucker kommen ist absolut richtig wenn du jeden tag nach jeder mahlzeit irgendwie 100 gramm weißen zucker schaufelst und dann zunimmst ja einfach schon durch das zunehmen wirst du insulinresistenter weil du halt mehr fett im körper hast ja richtig das hat er zumindest jetzt verstanden jetzt bin ich mal gespannt was jetzt aber noch kommt du hast wenn du zunimmst je mehr du zunimmst umso mehr intrazelluläres fett hast du deswegen bist du more likely dass du typ 2 diabetes kriegst mir fehlen schon die worten die deutschen wörter sorry auf jeden fall und dann sagen die also das sagen die als aller erstes zu viele kalorien auch wenn die von zucker kommen verursachen diabetes aber wenn wir uns wenn die frage lautet ist zucker die ursache wenn ich jetzt jeden tag einen esslöffel zucker zu mir nehmen weißen zucker ist das die ursache davon verursacht das diabetes nicht gewichtszunahme sondern der weiße zucker weil ihr natürlich verursacht das diabetes weil du mit dem zucker deine zellen voll machst ganz einfach zucker kann nirgendwo anders gespeichert werden als in deiner leber in deinem glukosespeicher oder in der muskulatur und wenn du zu viel zucker isst kann das zeug nirgendwo hin wo soll es denn dann noch hin das heißt zu viel zucker verursacht dass du da nicht mehr den zucker rein bekommst deshalb ist zucker die ursache für dein diabetes lässt du den zucker raus hast du keine probleme mehr damit mit insulinen und so weiter easy 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 wisst ihr das erzählen alle es ist der weiße zucker deshalb kannst du typ 2 diabetes durch abnehmen auch wieder loswerden weil du dann eben deine zellen wieder leer machst und dann kann zucker wieder in die zellen rein deshalb hilft sport auch bei typ 2 diabetes weil du verbrauchst den zucker beim sport in deiner muskulatur und dann kannst du wieder einspeichern ist die kiste nicht voll kannst du zucker rein essen aber ist die kiste voll solltest du kein zucker essen dann ist zucker die ursache für deren diabetes so einfach ist die geschichte weiß nicht was daran so schwer zu verstehen ist der weißer zucker macht dich insulinresistent wobei das hundertprozentige gegenteil der fall ist weißer zucker wenn du weißen zucker zu dir nimmst wirst du insulin also funktioniert dein insulin besser deine insulinresistenz wird abgebaut denn wie dumm das einfach ist wie dumm das einfach ist du weißen zucker ist nicht aufgebaut ich habe schon so viele videos und so viele studien dazu gezeigt und in allen studien haben die leute einfach gewicht verloren abgenommen alle studien ich habe noch keine studie gesehen wo die leute ihr gewicht gehalten haben einfach nur zucker gefressen haben und dann diabetes verschwunden ist oder vielleicht sogar über kalorisch wo sie dann auf einmal high carb über kalorisch gemacht haben und diabetes verschwunden ist zeig mir doch die studie würdest du denn sagen dass man ohne fett typ 2 diabetes kriegen kann wie viele leute sagen das geht nicht zucker sei nur der auslöser aber nicht allein verantwortlich naja du wirst du wirst auch schlank wirst du auch deine zellen irgendwie voll kriegen wenn du was weiß ich am tag eben deine 80 prozent zucker zu dir nimmst und ist ist das auch möglich oder du hast halt wirklich irgendwie probleme mit der bauchspeicheldrüse oder mit deinen zellen die insulin da nicht mehr richtig wirken lassen naja das fett ist das ist das fett und hier sagen die dann auch im nächsten punkt also sagen erst mal wir haben es ja gerade gesehen 90 prozent sind stark übergewichtig so und der rest ist auch noch übergewichtig wir können ja mal gucken ob das hier genauer drin steht ach ja naja egal kalorien und danach sagen die typ 2 diabetes wird nicht durch zucker verursacht da steht nicht es wird nicht durch zucker verursacht natürlich wird es durch zucker auch verursacht ohne übergewicht natürlich relativ schwierig aber wenn du zu viel kalorien isst und da den zucker noch bei hast dann ist zucker die ursache dafür dass deine zellen voll sind und damit eben die ursache für dein diabetes dass das insulin nicht mehr wirken kann erklär mir doch mal bitte eine person da draußen die jetzt anderer meinung ist wo soll der zucker hin wenn die zellen voll sind dafür müsstet ihr eine erklärung finden fruktose überkonsum hat eher eine auswirkung auf die leber grundsätzlich das ist halt das problem bei der fruktose sagt die american diabetes association diabetes typ 2 wird nicht durch zucker verursacht sagt coca cola und pepsi wie weiß das noch niemand wieso wissen dass die menschen nicht wieso wird das nicht breit getreten in den medien das sind menschen endlich aufhören sollten mit diesem unfassbaren nonsens das zucker diabetes typ 2 verursacht wieso weiß das niemand wieso so die offiziellsten größten organisation der welt ja gut ich meine mein gott wie die wie dem ist es ganz klar die weit wird immer vertuscht und wird nicht darüber geredet die größte ernährung wird auch drüber geredet steht doch da organisation der welt usdl was sagt die die sagt es so wenig cholesterin wie nur möglich offizielle angaben gelten für die ganzen welt und ja kleiner fun fact am rande die die mindestmenge oder die maximale menge für cholesterin wurde aufgehoben weil man gesehen hat ist ja doch nicht so schlimm daran hält sich aber keiner natürlich ein bisschen die ernährungsorganisation auch dge und sowas weniger eier weniger fleisch weil die cholesterin enthalten aber halt sagen nicht was was die usd actually sagt actually haben wir actually im bingo zuckersucht fett in pflanzen verband protein no brainer hatten wir mit sicherheit auch offizielles wissen hatten wir definitiv auch actually fehlt aber logik hatten wir mit sicherheit auch wissenschaft hatten wir auch wir hatten alles man so wenig wie möglich heißt keins davon essen möchte dir sage auch so wenig wie möglich dann heißt das für dich du sollst nicht rauchen und die sagen hier typ 2 diabetes wird nicht verursacht durch zucker nicht und dann wird ja noch gesagt zucker zuckerhaltige getränke lassen den blutzuckerspiegel ansteigen und sorgen dafür dass du ja viele kalorien kriegst und dann werden hier die kalorien aufgezählt und das ist halt das war das die dge mit dem cholesterin dge cholesterin grenze äh kalorien essen maximal oder war das die who oder so ich weiß es nicht mehr irgendwo wurde das geändert relativ neu in den letzten ich glaube ich habe da drüber auch ein video gemacht kalesterin grenzwerte das ist auch von 2000 irgendwas vielleicht findet das einer von den zuschauern eins der probleme warum man jetzt nicht unbedingt soft drinks trinken sollte weil man damit halt unnötigerweise kalorien zu sich nehmen und wenn du zu viele kalorien wenn du halt anstatt was wer könnte denn jetzt von den sponsern sagen du sollst keine software trinke soft drinks trinken zwei liter wasser am tag zwei liter cola oder einfach zwei liter soft drinks trinkst dann nimmst du ja hunderte von kalorien zu dir die du vielleicht nicht brauchst weil man so und so schon zu viele kalorien ist weil man tierprodukte ist die voll gestoppt sind mit kalorien und deswegen schiebt man das dann natürlich man auf die soft drinks du ist dreimal am tag die produkte und trinkst soft drinks also zuckerwasser und kriegst diabetes worauf wird man dir den diabetes schieben und worauf wirst du es schieben und allen erzählen davon den soft drinks und alle anderen werden das auch erzählen der hat immer hier in den pausen soft drinks getrunken wir haben es gesehen der hat immer cola geschlöpft und phantom sowas ja und deswegen guck dir an wie die nach wie die makronährstoff verteilung in der bevölkerung ist 50 prozent kommt aus kohlenhydraten noch fragen gibt es wirklich keine begrenzung für gesättigte fette nico ritten auch meinte die führenden ernährungswissenschaften empfehlen maximal so und so viel gramm die führenden die ihr seht ja ihr seht ja von wem die führenden ernährungswissenschaften bezahlt werden natürlich sollst du das natürlich sagt coca cola du musst das fett aus deinem leben verbannen ne weißt du bescheid wenn die dann sagen davon hat der diabetes gekriegt dann soll er mir zeigen auf welcher wissenschaftlichen basis das beruht dass gesättigte fette begrenzt werden müssen also natürlich nicht über deine kalorien hinaus das aber nicht davon gekriegt weil diabetes nicht durch zucker verursacht wird nicht durch zucker verursacht wird sondern es wird von fett verursacht wie es hier steht und dann als der besten studien zu diesem thema die jemals gemacht wurden die perfekte ernährung der diabetes wissenschaftler von denen ada american diabetes association geht also coca cola und pepsi gegen eine vegane ernährung oder wer gewinnt wohl wenn du wer gewinnt neil barnard ist dabei pepsi coca cola natürlich ist neil barnard dabei der typ der geld damit verdient das ist natürlich kein bias die menschen auf eine weil diese ernährung ist nicht für menschen ne diese ernährung die enthält tierprodukte und diese ernährung ist aber ich dachte die american diabetes association die hat recht ja was denn jetzt ich dachte da sitzen die führenden wissenschaftler wenn die führenden wissenschaftler der welt von der ada jetzt sagen tierische produkte kannst du essen dann ist das auf jeden fall nicht mehr richtig aber wenn die sagen zucker ist nicht gefährlich dann ist das richtig also ihr seht schon wie dieser typ sich eigentlich ständig immer wieder selbst widerspricht ne für menschen die ernährung ist für menschen was passiert wenn man hier die mega krasse von diabetes wissenschaftlern perfekte ernährung für diabetiker diabetikern gibt und die andere hälfte kriegt die vegane ernährung was passiert dann richtig briggs da wer gewinnt bei welcher werden sich die werte mehr verbessern für welchen für diabetiker welche ernährung ist besser oder es ist völlig egal was du vergleichst gegen die vegane ernährung alles verliert gegen die vegane ernährung weil die vegane ernährung deine ernährung ist du bist ein pflanzenfresser deswegen wer hat gewonnen die vegane ernährung hat gewonnen ja warum haben sie gewonnen dann liest doch mal was hier steht die haben ihr körpergewicht um 6,5 kilogramm die haben einfach gewicht verloren ist ja nicht so dass das nicht auch in der in der studie drin steht die haben einfach mal doppelt so viel gewicht verloren wie die andere gruppe aber beide gruppen haben ihr cholesterin und andere werte und blutzucker und was weiß ich nicht was alles verbessert die haben aber körpergewicht verloren das ist das was aus dieser studie raus kam das ist keine studie du iso kalorisch weiter und ernährst dich von 80 prozent zucker und hast dann kein diabetes mehr aber das das merkt dieser typ nicht die helfer hilft am allerbesten gegen diabetes besser als die von wissenschaftlern gemachte ernährung nein mehr gewichtsverlust hilft gegen diabetes umso mehr gewicht du verlierst als übergewichtiger umso besser wird es mit einem diabetes für diabetiker natürlich gewinnt die vegane ernährung von daher hier natürlich dass ich auch unten verlinken habe ich ein ganzes video dazu gemacht aber das ist einfach zu gut habe ich jetzt entdeckt das ist einfach nur zu gut wirklich zeigt dass den leuten wie wie will man das halt die leute glauben ja ein offizielles ja dann glaub doch offizielles du hast doch gerade selbst gesagt wir sollen nicht offizielles glauben weil die tierprodukte empfehlen ja was denn jetzt glaubt pass auf glaubt nur das offizielle was in euer narrativ passt das ist die kernaussage dieses videos und das ist so die die quintessenz aus seinen ganzen videos glaubt nur das was ihr was in euren kram passt was euch bestätigt alles andere nicht dann glaubt doch bitte offizielles glaubt doch bitte offizielles not cost by sugar not nicht wird nicht verursacht durch zucker einfach nur zu gut einfach nur zu gut american diabetes association copyright bei coca cola und pepsi live okay leute ich hoffe das video hat euch gefallen das heißt auch diabetes mythen und hier widerlegen die die mythen natürlich wird diabetes nicht durch zucker verursacht du isst dreimal am takti produkte und trinkst nach jeder mahlzeit eine kleine flasche cola eine 0,5 zum beispiel und das alles was du trinkst sagen wir mal und dann sagen wir mal einfach so oder du gehst zu mcdonald's und holst dir einen burger du holst dir noch eine pommes dazu und eine 0,5 liter oder anderthalb liter cola im kino noch mit dabei da ist natürlich da ist natürlich dieses kleine burger patty was auf dem hamburger ist das ist natürlich der auslöser aber nicht die pommes und nicht die der liter cola und nicht der burger patty und so weiter und so fort und auch das eis was du zum nachtisch hast das ist natürlich alles nicht der auslöser es ist dieses burger patty was dieser auslöser ist ja wenn wir hier uns angucken mcdonald's menü ja dann dann wisst du bescheid wenn man sich das hier anguckt hier das ist das ist nicht nicht das ist das fleisch definitiv immer ihr wisst bescheid hier ne das ist immer immer das fleisch wirst du diabetes kriegen aber du wirst nicht diabetes kriegen von der cola du wirst diabetes kriegen von den tierprodukten von dem fleisch das du isst von den eiern und von der milch die du trinkst ne dazu gibt es ja sander weil es nicht in seinen in seine blase passt von studien glaubst du nicht dann gucken mein dokument rein geht zum abschnitt die hierhin und guck dir an wie man diabetes kriegt das kriegst von tierprodukten und von fett du kriegst das von fett nicht von tierprodukten aber tierprodukte high fat sind die bestehen zu 50 prozent und mehr aus fett ist so eine putenbrust beispielsweise wegen kriegst das von den tierprodukten du isst nicht von der cola die du trinkst okay ist not cost by sugar okay vielen dank fürs zuschauen leute es macht mich so froh immer so was wie strecken jetzt wie strecke ich ein video auf mindestens zehn minuten lesen vor allem von offiziellen seiten siehst du die offiziellen seiten nähern sich immer mehr unseren inoffiziellen wissenschaften von der keiner redet digga der artikel ist schon fünf jahre alt oder so das hat da habe ich schon mal ein video drüber gemacht vor zwei jahren oder sowas die kommen uns immer näher sehr sehr gut weil hoffen wir irgendwann dass wir beide übereinstimmen dass wir beide dasselbe erzählen follow the money so heißt das ganze offizielle und inoffizielle stellen einfach nur zu gut vielen dank fürs zuschauen leute zeigt das video gerne euren freunden vor allem den diabetikern damit sie wissen tut es lieber woher diabetes typ 2 kommt dann immer wieder diese geschichte wo mir diabetiker schreiben aber mein diabetologe sagt mir kohlenhydrate meiden von kohlenhydraten kriegt man diabetes nicht auszuhalten das ist das genaue gegenteil guckt ihr an woher diabetes tatsächlich kommt hier zum beispiel erste studie zu eiern und diabetes reloaded wir haben noch eine neujahresansprache gemacht wir haben gesagt alles so wie immer das war es